Um IIIF zu nutzen, brauche ich einen sogenannten Viewer, den ich einfach über meinen Browser öffnen kann. Die beiden gängigsten IIIF-Viewer sind der Universal Viewer und Mirador. In unserem Beispiel nehmen wir Mirador. Ich öffne den Mirador Viewer über die URL projectmirador.org. Um nun ein Digitalisat in mein Mirador-Fenster einzufügen, muss ich nur die gewünschte Ressource auf der Webseite derjenigen Kultureinrichtung aufrufen, die sie zur Verfügung stellt. In der Beschreibung der Ressource finde ich auch den IIIF-Link, den ich einfach kopiere. In Mirador füge ich den Link unter Add Resource ein. So kann ich beliebig viele Objekte meiner Sammlung hinzufügen.